Wie wollen Menschen auch eine Bleibe bieten, wenn sie wiederum vor Krieg und Terror fliehen? Dieses Land, das wird trotzdem einen demografischen Wandel haben, der heißt, wir werden älter und auch wenn jetzt eine Million Menschen in diesem Jahr gekommen sein sollten, das wird den demografischen Wandel nicht aufhalten, sondern jedes Kind, was jetzt kommt, ist wichtig für diese Gesellschaft, dass wir auch noch Kinder und junge Menschen haben, aber die Relationen werden sich gar nicht verändern. Das ist, glaube ich, ein langer Prozess, dieses wirklich deutlich zu machen, unsere Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen, ist für dieses Land gut und wichtig. Dieses Gefühl, eigentlich kann sich das ja bei uns niemand vorstellen, dass man seine Kinder nehmen muss, dass man noch irgendwas mitnimmt, was man in die Tasche packt. Man will weg, um der Gefahr zu entfliehen und verliert auf diesem Weg vermutlich noch sein Kind. Und wir hatten es gerade jetzt vor kurzem wieder, dass eine Frau mit ihrer eigenen Mutter, also der älteren Dame und zwei Kindern losgegangen ist, weil sie das Gefühl hatte, dass das mit der Familienzusammenführung nicht funktionieren wird. Der Mann ist in Deutschland und auf der Flucht ist ein Kind gestorben. Das ist das Schrecklichste, was passiert. Man würde am liebsten den Menschen sagen, macht euch nicht, schon gar nicht mit Kindern jetzt im Winter auf den Weg. Also ich kann ja schlecht in Syrien jetzt irgendwelche Faltbätter rumgeben, der Weg ist gefährlich. Aber ich kann eben durchaus in europäischen Ländern natürlich mal für eine realistische Einsicht sorgen. Und die Menschen sind immer wieder, dass ein Kind das Fluchtzest, also der Weg in Südtem heyer supposedst. Musik